Hi, ich bin Mats, ich bin ein 20 Jahre alt und mache zur Zeit mein neues Studium hier bei Ames Ostheim am Stolle München. Das Besondere an der Ausbildung bei Ames Ostheim ist, dass man die Möglichkeit bekommt, einbeklärt in die verschiedensten Abteilungen zu bekommen. Dadurch kann ich viele neue Erfahrungen sammeln und auch viele neue Menschen kennenlernen. Was ich euch raten würde ist, wenn ihr anfängt, auf jeden Fall seid für alles offen und helft, so gut ihr könnt. Wir freuen uns auf euch.